Erste Hilfe – Don't Panic Diese kurze Meditation eignet sich vor einem Auftritt, vor einer Audition, kurz bevor das Recording losgeht oder vor einem wichtigen Gespräch. Selbst in den meisten stressigen Momenten ist in der Regel immer Zeit, sich kurz zurückzuziehen. Suche Dir einen Ort, an dem Du für ein paar Minuten ungestört sein kannst. Setz Dich auf einen Stuhl oder lege Dich hin. Ohrstöpsel oder Kopfhörer sind auch gute Hilfsmittel, um sich kurzzeitig von der Außenwelt abzuschirmen. Suche Dir einen Punkt, auf den Du Deinen Blick richtest. Habe diesen Punkt entspannt im Blick. Du musst ihn nicht scharf fixieren. Und beginne bewusst, tief ein- und auszuatmen. Durch die Nase ein- und durch den Mund wieder aus. Lass den nächsten Atemzug den tiefsten sein, den Du heute genommen hast. Und mit dem Ausatmen schließe Deine Augen. Lass Deinen Atem in seinen natürlichen Rhythmus zurückkehren. Und spüre das Gewicht Deines Körpers auf dem Stuhl oder auf dem Boden, je nachdem, ob Du sitzt oder liegst. Erlebe das erholsame Gefühl, die Anspannung loslassen zu können. Mit jedem Atemzug atmest Du Entspannung und Sauerstoff ein und Anspannung aus. Du spürst, wie Deine Muskeln sich entspannen und Dein Geist wird klar. Du atmest ruhig und spürst, wie Dein Puls sich entspannt hat. Ein Lächeln macht sich auf Deinem Gesicht breit. Deine Muskeln entspannen sich mit jedem Atemzug ein bisschen mehr. Du atmest Sauerstoff und Energie ein und Anspannung und Stress aus. Stell Dir diesen Stress wie einen weißen Nebel vor. Und Du siehst förmlich, wie dieser Nebel Dich beim Ausatmen verlässt. Lenke nun Deinen Fokus wieder auf Deinen Körper und achte darauf, wie das Gewicht auf den Stuhl oder auf den Boden drückt. Du hast Dich erholt, bist voller positiver Energie, nimmst noch einen tiefen Atemzug und öffnest langsam die Augen. Und du runnest팝, bist voller Energie, nimmst schon ganz sniffü, wie ihr spezie employedet sind. Du hast Dich erholt, bin ich ans lower. Du hast Dich haben, also dismutivensanm championn, diesen Max was gemert Gettingner Kreuzagru, Ich nehme Dich, diesel aus solange Zandars. Und dann kommt Superdemokratie mit Anisfress zu einem B Furter. Du bist Schiff, hierm Ob 700